Und weiter geht's mit einer Folge hier in New World. Heute kümmern wir uns mal ein wenig ums Kochen und mit welchen Zutaten man richtig schön schnell skillen kann. So, ran an den Speck und ran an die Kochtöpfe. Ich habe viel gefarmt in den letzten Tagen, also hauptsächlich die Berufe ein bisschen gepusht. Und da ist mir beim Kochen aufgefallen, dass es einfach Zutaten gibt, mit denen man super easy quasi alles kombinieren kann. Und wir schauen da mal am besten kurz rein. Gehen wir mal hier in eine große Küche. Und ich habe hauptsächlich Buff Food natürlich so hergestellt und zwar erstmal nur die Basics. Alles andere kann man natürlich auch machen. Ich bin bei Kochkunst jetzt bald bei 100. Und jetzt zuletzt habe ich hauptsächlich hier die Mana-Regeneration erhöht, weil ich eben als Healer hauptsächlich in den Dungeons mir so einen Mana-Snack hier reindrücke. Und dann ist die Mana-Regeneration um 20% erhöht. Oder auch zwischendurch so fürs Unterwegs, fürs Farmen oder Grinden oder fürs Questen auch. Da habe ich hier die kleineren Mana-Pots, die ich mir dann zwischendurch reinpfeife. Aber insgesamt mittlerweile sind es so viele Pots, die ich jetzt schon wieder hergestellt habe, von den großen. Ich pfeife mir das einfach ständig rein. Läuft eigentlich konstant. So, also wenn man hier reinschaut, fängt man natürlich hier mit den Basics an. Und irgendwann hat man ja hier die etwas besseren. Man sieht immer unten drunter unter dem Herstellen in dem Bereich, wie viel XP das bringt für oben rechts in der Ecke die Fähigkeit Kochkunst. Das heißt also, wenn man hier schaut nach den effektivsten Artikeln, die man dann herstellen kann oder möchte, dann schaut man am besten, welche Komponenten braucht man. Und diese Komponenten, wie viel XP bringen die quasi für die Kochkunst. Und ich habe hier mit den verschiedensten Sachen, hier sehe ich jetzt gerade eben erst Melonenaufguss, vier Melonen habe ich. Das bringt 150 in Kochkunst. Und da brauche ich nur ein paar Gewürze, die ich habe, ein bisschen Wasser. Also ich schaue als erstes immer durch, was habe ich denn, was kann ich herstellen von diesen Artikeln. Diese ganzen Zutaten findet man zum einen natürlich in diesen Büschelchen, Kräutern oder Gewürze. Und zum anderen natürlich in den Lebensmittelkisten. Also da natürlich immer schön alles aufheben und zusammenfarmen. Und die anderen Komponenten, da gehen wir dann gleich nochmal drauf ein. Also wie gesagt, das Erste, was ich mache, immer erst runterscrollen und schauen, was kann ich denn mit den Artikeln, die ich eh schon rumliegen habe, herstellen. Und da haben wir hier einmal den Melonenaufguss. Erhöht den minimalen Rüstwert bei der Herstellung von Juwelen geschliffenen Gegenständen um 10. Erhöht den maximalen Rüstwert bei der Herstellung von Juwelenschleifereigegenständen um 10. Und der Effekt hält 30 Minuten lang an. Also das ist wirklich was Schönes fürs Juwelenschleifen. Kommt demnächst mit Sicherheit auch noch. Schaue ich mir später nochmal an. Aber die drei Pötte, die stellen wir schon mal her. Und das Ganze bringt uns jetzt hier plus 450 Kochkunst in Gänze. So, und dann als nächstes gucken wir mal, was wir noch hier haben. Da war doch gerade noch etwas. Oder habe ich es damit jetzt gerade schon aufgehoben? Das kann gut sein. Genau, das hat sich jetzt gerade erledigt. Dadurch, dass ich das hergestellt habe, dann kann man hier noch sowas herstellen wie Butter und so weiter. Diese Komponenten bringen allerdings in Gänze gar nicht mal so viel. Deswegen warte ich damit in der Regel immer erst ab. Und fange dann an mit den großen Bufffood hier. Mit den Regenerationsessen. Und hier gibt es einfach ein paar Komponenten, die top sind. Was sich lohnt, zwischendurch einfach mal auch hier dieses Häkchen rauszunehmen. Welche Komponenten gehen überhaupt. Das heißt, wenn ihr mal an so einem Feld vorbeirennt und da sind ganz viele Kohlköpfe zum Beispiel, die einfach mal mitnehmen. Mein Lieblings-Allround-Food, was auch wirklich in vielen Stellen dann auch in Massen rumsteht, sind Blaubeeren. Und die Blaubeeren sind einfach für alles zu gebrauchen. Wenn wir die jetzt hier mal als Basic nehmen, dann nehmen wir hier nochmal schön in die Blaubeeren-Suppe ein paar Zwiebels rein und ein paar Pilze. Und dann stellen wir das 15 mal her. Zack, ist es halt ratzfatz erledigt. Ja, fette Points dazubekommen. Und es geht auch direkt weiter. Dann haben wir hier nochmal rohes Fleisch. Wieder mit der Blaubeere. Diesmal sind noch ein paar andere Beeren dabei. Zack, auch da wieder 23 Stück herstellen. Jawohl, zack, von 100 auf 102 hochgepusht. Und ihr seht, es gibt einfach so viele Komponenten. Wenn wir jetzt hier unten mal reinschauen. Wir haben hier zum Beispiel Nüsse, die liegen ja im Wald überall rum. 33 Stück, wieder die Blaubeere rein. Dann machen wir die Blaubeere mal nach oben, weil wir hier keine anderen Primärkomponenten hatten. Und dann gucken wir unter den Sekundärkomponenten. Machen wir schön lecker was zum Naschen allen. Blaubeeren mit lecker Milch dabei und ein paar Nüsschen oben drüber. Zack, rein damit. Shit egal, wie man es kombiniert. Zack, von 102 auf 105. Aber der Punkt ist ja, es kommt immer oben die gleiche Suppe dabei raus. Von daher sind die Blaubeeren Main. Blaubeeren, wie gesagt, für mich das Allerwichtigste. Ich hau mal das eben durch. Wenn ich irgendwo Blaubeerbüsche rumstehen sehe, dann schnell immer dahin. Ganz oben im Norden, ganz oben im Norden, gucken wir mal eben hier oben in den Regionen. Hier kann man ja sehr gut auch dann im höheren Levelbereich farm. Die Wölfe hier zum Beispiel droppen die gerade gesehene Wolfslände. Hier ist sie. Die zarte Wolfslände, die verkoche ich jetzt nicht einfach so. Und ich sehe gerade, ich habe hier die nächste Mahlzeitstufe. Ja, Wolski. Ja, sehr gut. Gucken wir mal. Die bringt, erhöht mal nach Regeneration. 35 Minuten um 25 Prozent. Sehr schön. Und bringt 300 jetzt im Kochen. Top. Noch weitere Zutaten. Aber auch hier nehmen wir erstmal nur günstige Zutaten, die wir einfach so vom Farmen oder vom Lederfarm oder sowas haben. Das alles hauen wir da jetzt rein. Zack, 20 Mal. Sehr schön. Da freue ich mich doch schon. Und von 106 auf 109 direkt hochgepusht. Nein, die nehmen wir immer noch nicht. Dann nehmen wir hier das Fleisch. Eine Orange liegt da noch rum. Die machen wir eben weg. So. Und auch hier gucken wir mal eben rein. Ja, jetzt haben wir hier die hochwertigen Zutaten tatsächlich. Und die werden dann wirklich auch nur, auch hier die Filets und sowas. Also, für das gute Food, hier sieht man es, bleiben jetzt tatsächlich als Basics nur noch diese zarten Wolfslenden. Dann könnten wir das hier, die Wolfslenden, schön erstmal in Milch einlegen. Was haben wir noch dazu? Das Ganze kombinieren wir dann. Haben wir da noch was zum Kombinieren? Ja, eigentlich nur, doch hier haben wir es doch noch. Die guten und bekannten Blaubeeren, die hauen wir natürlich wieder noch rein. Und das Ganze machen wir ein bisschen milder mit ein bisschen Honigalden. Ach komm, Fisch geht auch. Ach komm, machen wir Tomaten drauf, dann sind die vielleicht weg. Kriegen wir nicht ganz, aber sieben Stück immerhin. Zack. Reingehauen von 9 auf 11. Also ihr seht, man pusht richtig schnell und easy die Kochkunst hoch mit diesen ganzen Komponenten. Und dazu kommt ja, man levelt auch noch dabei. Das Ganze bringt natürlich auch noch ordentlich XP. Das ist natürlich auch super. So, jetzt haben wir die nochmal eben weg. Das ist die letzte Tomate. Und, was noch dazu kommt, man macht sein Inventar endlich mal wieder leer. Das ist auch das, was mich jetzt gerade dazu bewegt hat, endlich mal wieder aufzuräumen. Ich habe hier so viel Geraffel im Haus rumliegen, beziehungsweise in der Kiste im Lager rumliegen. Und kaum noch Platz. Und man hat einfach so viele Möglichkeiten. Guck mal hier, zack, 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 wieder 10. Und das ganze Essen, naja, entweder innerhalb der Gilde, innerhalb des Clans einfach verschenken. Oder, guck mal, jetzt haben wir sämtliche Blaubeeren tatsächlich durchgeballert. Das war's. Ja, oder irgendwie ins Auktionshaus stellen. Oder liegen lassen, irgendwo mit hinreisen, wo man seltener hingeht, da ins Lager schmeißen. Falls man mal wieder ein bisschen was braucht. Aber man ballert das so viel durch. Ich glaube, wenn man mal ein paar Stacks einfach in den Tonnen kloppt, ist das, glaube ich, auch nicht so ganz wild. Man verbraucht es ja irgendwie eh nicht alles. Also auch wenn man die ganze Zeit nur am snacken ist, man kriegt das gar nicht alles weg. So, das bringt jetzt eh alles nur noch ein bisschen wenig. Das mache ich auch gar nicht mehr weiter jetzt hier, die paar Points. Und im Großen und Ganzen habe ich gerade richtig viel Ballast erstmal verloren. Und richtig viel, und ihr seht es hier, Kochkunst hochgepusht. Wieder neue Farben freigeschaltet. Das ist gut. Die ich dann irgendwann herstellen kann. Da geiere ich natürlich auch so ein bisschen drauf hin, dass die da alle schön freigeschaltet werden und ich die dann irgendwann herstellen kann. So, und im Großen und Ganzen, das freut mich natürlich auch richtig. Ich habe jetzt hier neues, großes Buff Food. Erhöht die Mana Regeneration um 25%. 25 Minuten um 15. Ne, hier ist es. Das ist das Große. Erhöht die Mana Regeneration. 35 Minuten um 25%. Das heißt, das können wir dann schön austauschen. Beziehungsweise das lasse ich jetzt gerade noch zum Farben. Und für den nächsten Raid nehme ich dann hier den großen Pottich mit und ab geht es. Seht ihr, jetzt haben wir hier ganz viel schon weggehauen von den ganzen Kräutern und Gewürzen. Vielleicht mache ich gleich noch so ein bisschen Gewürzmischung. Aber im Großen und Ganzen reicht das dann. Lagerleer, lecker gekocht, Rinn gehauen, Daumen da lassen. Kanal abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin. Bis dahin.